Ja, hi Freunde, ich darf euch recht herzlich zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal begrüßen und zwar Black Ops 4. Ich habe mich schon riesig drauf gefreut, habe das Ganze natürlich vorbestellt und wir haben ja zusammen auch die Beta durchlebt und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und ja, das ist meine erste Runde in dem fertigen Game. Dann zocken wir mal, zocken uns ein bisschen ein. Und wir spielen, was haben wir denn? Überfall, frei für alle, Einnahme, ja, Einnahme habe ich Bock. Spiel suchen. Jedoch Kontrolle, okay. Auf Slums. Geil, Mann. Geil. Nice, Mann. Eine BO2-Map, Hammer. Müsste eine BO2-Map sein, soweit ich mich erinnern kann. Und los geht's. Spezialist, nämlich den Tor, der hat mir ganz gut gefallen. Dann warten wir da jetzt noch die 20 Sekunden ab und an der Attacke. Alter, Kontrolle bei Black Ops 4. Auf der Black Ops 2-Map. Mit neun Spezialisten. Alter. Sehr schmackhaft, sehr schmackhaft. Kontrolle. Nehmt alle feindlichen Zonen ein. Ihr Feindkämpft um Bravo. Ha, außer Hüfte. Ihr Feindkämpft um A. Ihr Feindkämpft um Zone B. Nein, verdammt. Was habe ich denn, dass ich da in der Stelle rumgehockt habe? Man kennt ihn. Ja, Mann. Bleibt er da drinne stehen, Alter. Ja gut, ich hab's auch gemacht. Aber, was soll's. Das verdirbt jemandem die Laune. Oh ja, das wird jemandem die Laune verdirmen. Nehmen mehrere Zonen ein. Sie haben nur noch ein Leben. Schaltet sie aus. Wir haben fast keine Leben mehr. Ja gut, kommt, der gehört uns. Der pumpt gleich. Wir haben Alpha eingenommen. Jawoll. Wenigstens mal was eingenommen. Der Feindkämpft um Bravo. Nein, wo ähm ich denn hin, Alter? Bin ich ein Spasti? Der Feindkämpft um Bravo. What the fuck war ich dumm, Alter? Ich weiß, dass du da drinne rumhockst. Ja, scheiß Camper, Mann. Keine Leben mehr. Keine Chance mehr. Ey. Da wird mir das Kill geklaut. Dann hol ich mich noch einer von hinten. Nichts bestätigt. Nice hat er den Goal. Richtig nice. Sieg. Goal. Die Runde habt ihr gewonnen. Aber wir sind noch nicht fertig. Ja, es gibt noch zwei Runden. Ich weiß. Alter. Guckt sich den einer an, ey. Heavy. Verteidigt alle Zonen. Jungs, Alter, ein Team-Mate wäre hier nur nice. Ich bin hier auf der Position, ich bin hier auf der Position, alone. Wir verlieren Bravo. Wir kämpfen noch Bravo. Fuck. Versteckt der Affe sich hinter dem Auto, Mann. Bauer. Richtiger Power-Move. Das funktioniert nicht. Klar funktioniert. Steht doch. What is the problem? What is the problem? Bravo verloren. Bravo verloren. Ihnen gehen die Leben aus. Ihr wisst, was zu tun ist. Oh Mann, der Wort schon geholt. Feindliche Hellstorm nähert sich. Ja, bollo. Erstes Kill. Nice. Verdammt. Verdammt. Ja, da kannst du nichts machen, Alter, wenn der sich da hinter der Mauer versteckt. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Feindliche Drohne kreisen. Shit, was war das denn, Alter? Sperr dran. Dummer Hund, ey. Druck auf, rechterhalten. Gut, die Runde geht auch an uns. Was für ein Name, Alter. Blutrünstig, Alter. Nehmt alle feindlichen Zornen ein. Der geht ab. Ja, nee, ist klar. Ja, ey. Oh, Alter. Ich brauche unbedingt Aufsätze für die Knarre. Bereit, Stacheldraht einzusetzen. Setze Stacheldraht ein. Ey, du Wichser, Alter. Kämpft doch da nicht rum. Spasti, Alter. Söldnertruppen kämpfen um Alpha. Ey, ihr Ficker, Mann. Übernehmen Alpha. Der Feind kämpft um A. Feindliche Drohne über uns. Achtung, feindliche Taktik, Einstiegsmarker ist aktiv. Wir nehmen A ein. Die Zeit dritt uns hier durch die Finger. Wir haben fast keine Leben mehr. Fuck. Sie haben nur noch ein Leben. Schaltet sie aus. Ja, wie die da alle auf einem Haufen kämpfen. Wenn wir so nichts geschissen kriegen. Na gut, ich zwar auch nicht. Diese Kämpfe über die Bühne, Alter. Das verdirbt jemanden die Laune. Ja, ich hoffe es doch, Alter. Das feindliche Team hat keine Leben mehr mehr. Hä? Die Schlacht ist verloren. Na gut, eine Runde verloren. Drauf geschissen. In den Laufe der Zeit fuchse ich mich da schon noch rein. Verhindert, dass feindliche Streitkräfte unsere Zonen übernehmen. In den Laufe der Zeit fuchse ich mich da schon noch rein. Wichser, da haut er ab, Alter. In nem Gunn-Duell. So ein Lappen. Was für ein Lappen. Selten so einen unwürdigen Player gesehen. Richtig pussihaft, Mann. Da kann ich selbst Frauen, die das Spiel besser zocken. Wir verteiligen A. Achtung, feindlicher Taktik-Einstiegsmarker ist aktiv. Ihnen gehen die Leben aus. Wir verteiligen Alpha. Ey, Mann. Die Zeit bleibt nichts drehen. Gebt alles. Uns gehen die Leben aus. Pisser, Alter. Pisser. Ja, ey. So eine Campen-Band-Waschlappen. Alles Pussis, Mann. Camp woanders rum, Junge. Hier links noch ein Kill. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr über euren Support freuen. Und auf jeden Fall kostenlos abonnieren, um vom BO4 kein Content mehr zu verpassen. Die Glocke aktivieren, um im Auflaufen stand zu bleiben. Ich freue mich. Ich bin an der Stelle raus. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.